Dieses Video richtet sich an zwei Typen von Menschen. Der erste Typ hat eine hohe Affinität zu Spiritualität, beschäftigt sich vielleicht schon seit einiger Zeit damit und denkt sich, ich gucke mir das Video mal an, dümmer kann man ja nicht werden. Der andere Typ Mensch ist das genaue Gegenteil. Eventuell ist der andere Typ Mathematiker oder ITler, hat eine hohe Affinität zu Zahlen und zu Daten und sagt aber, du, Spiritualität ist nichts für mich. Eventuell arbeitet er auch rein wissenschaftlich an einer Universität, sagt Sachen, die messbar sind, Sachen, die greifbar sind, Sachen, die ich sehen kann, damit setze ich mich auseinander, Sachen, die reproduzierbar sind, aber alles andere ist nichts für mich. Eventuell ist der andere Typ erfolgreicher Unternehmer, fährt seit einigen Jahren erfolgreiche Geschäfte und sagt sich, damit kann ich meine Rechnungen bezahlen, damit kann ich meine Familie versorgen, das ist was für mich, den anderen Kram brauche ich nicht. An letzteren Typen von Mensch ist dieses Video eigentlich viel ehrgerichtet. Und wenn du es vielleicht zum ersten Typ gehörst und generell eine Affinität hast zur Spiritualität, tu mir doch den Gefallen, tu dir den Gefallen oder vielleicht auch den anderen, leite dieses Video an die weiter, schicke es an die. Man wird generell nie dümmer. Schaut es euch an, bildet euch euer eigenes Urteil darüber. Meine Aussage, meine These hier für dieses Video ist, und das ist nichts Neues, dass wir keine Menschen sind, die spirituelle Erfahrungen machen, sondern wir sind spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen. Dieser Satz stammt natürlich nicht von mir, aber ich möchte ihn auf eine Art und Weise erklären, wie er vielleicht für dich greifbarer wird. Denn ich glaube, die eigentliche Herausforderung in Bezug auf Spiritualität ist nicht, dass man keinerlei greifbaren Bezug dazu finden kann. Ich glaube, die eigentliche Herausforderung, die wir im Bereich Spiritualität haben, ist, dass es halt keine klare Abgrenzung gibt, dass keiner eine genaue Vorstellung davon hat, was Spiritualität ist, beziehungsweise dass es hunderte verschiedene Vorstellungen davon gibt, was genau Spiritualität ist. Und wenn ich denn da sitze als Unternehmer und ich denke an Spiritualität und bei mir im Kopf entstehen Bilder, wie beispielsweise, wie jemand vor einer Glaskugel sitzt auf einer Kirmes und irgendwie dafür einen Fuffi nimmt, um zu sagen, was er in einer Kugel sieht, oder Tarotkarten legt, oder Pendel schwingt, oder, oder, oder. Und ich spüre dann für mich, für mich ist das nichts, soll aber jeder machen, wie er will. Ja, dann kann ich das ein Stück weit nachvollziehen, dass Spiritualität für diesen Unternehmer wenig attraktiv erscheint, oder für den ITler, für den Mathematiker und so weiter. Das macht für mich vollkommen Sinn. Das heißt, die eigentliche Herausforderung sehe ich darin, dass es keine wirklich klare Definition gibt davon, was Spiritualität eigentlich ist, aber vor allem, und das ist ja die Frage, die sich jeder Mensch oftmals eigentlich stellt, Was habe ich davon, mich mit Spiritualität auseinanderzusetzen? Und ich hatte eben angesprochen, wir sind spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen. Dieser Satz ist auch ein bisschen komplex, denn viele sind bereits dann raus, weil es zu spooky klingt, und das kann ich nachvollziehen. Deshalb möchte ich das jetzt ein Stück weit, ich sag mal, irdischer erklären, einfacher vielleicht erklären, aber so erklären, dass es sich durchaus mit den meisten oder fast allen Weisheitslehrern deckt, mit denen ich mich in den letzten 10, 15 Jahren beschäftigt habe, sowohl als auch mit meinen eigenen Erfahrungen und mit den Erfahrungen derjenigen, die ich persönlich kenne, die spirituell meiner Meinung nach sehr entwickelt sind, die ich aber auch als Mensch schätze und wo ich sagen kann, wow, zu den Menschen, schaue ich wirklich auf. Meine persönliche Aussage hier für dieses Video ist, dass wenn du zu dem Typen ITler, Unternehmer, Mathematiker, Wissenschaftler und Co. einfach nur um jetzt Klischees zu strapazieren gehörst, bist du genauso spirituell wie alle anderen. Für mich gibt es nicht Menschen, die spirituell sind, wenig spirituell, sehr spirituell, ganz im Gegenteil, ich kenne einige, die von sich behaupten, sehr spirituell zu sein, wo ich persönlich sagen würde, nein, jeder Unternehmer ist da spiritueller. Für mich gibt es eher die Unterscheidung, wie bewusst ist man sich dessen, dass man spirituell ist. Denn, ich bleibe jetzt mal bei dem Typen Unternehmer. Wenn du erfolgreicher Unternehmer bist, warum tust du das? Eventuell wirst du wissen, es fühlt sich gut an, wenn man ein erfolgreiches Geschäft abschließt, wenn man gewisse Umsätze fährt, wenn man sich von den Umsätzen oder von dem Gewinn, den man am Ende fährt, irgendwas Schönes kauft. Vielleicht ein Auto, vielleicht eine Urlaubsreise, vielleicht wenn man seinen Dritten was kauft, seinen Liebsten was kauft und so weiter. Das sind oftmals natürlich ein paar der Anreize, warum Unternehmer das tun, was sie tun. Wenn man jetzt aber das nicht nur von oben betrachtet, sondern vielleicht das nochmal hinterfragt, denn ist das Ziel hinter dem Ziel des Urlaubs, Geschenke machen an die Liebsten, neue Auto und so weiter, das Ziel hinter dem Ziel eigentlich immer eines, denn wir tun das alles, damit wir glücklich sind. Das ist erstmal in der Regel immer das Ziel hinter dem Ziel. Das ist bei dem Wissenschaftler, der sich tief in eine Studie einarbeitet oder tief in irgendwelche Fachgebiete einliest, dann tut er das wahrscheinlich, entweder macht es ihm Spaß, das hoffe ich, egal was man tut, oder er verbindet irgendwas damit, eine erfolgreiche Studie aufzustellen, er erhofft sich vielleicht eine gewisse Form des Ruhmes, wenn er diese Studie publiziert oder ähnliches. Bei dem Unternehmer mag es das Finanzielle sein oder die Folgen daraus und so hat jeder irgendwie seins. Jeder hat irgendwelche Ziele und die mögen komplett subjektiv sein. Es gibt hunderttausende Ziele. Der eine will sich vielleicht eine Yacht kaufen, der andere einen Sportwagen, ein Motorrad, der nächste will ganz vielen Menschen irgendwas kaufen und so weiter. In der Regel ist das Ziel hinter dem Ziel, unsere eigentliche Motivation immer, wir wollen uns gut fühlen. That's all. Das ist, wir wollen uns gut fühlen, wir wollen zufrieden sein. Und zwar, das nicht nur kurz, sondern im Idealfall dauerhaft. Spiritualität, und das ist der entscheidende Punkt, macht genau das. Ich habe etliche Leute in den letzten Jahren kennengelernt, die sehr viel Geld hatten, die Milliarden Umsätze gemacht haben, die hunderte von Frauen hatten in ihrem Leben, die den perfekten Körper haben, die ein makelloses Äußeres haben, Modeln auf Laufstegen, irgendwie weltweit. Ich habe Leute kennengelernt, die Botschafter waren und so weiter. Aus allen Bereichen, Leute, wo man sagen würde, wow, so ein Leben, streben die meisten an. Aber, es gibt kein Bereich von Menschen, weder die aus intellektueller Sicht enormes erreicht haben, noch die finanziell enormes erreicht haben, noch die an Ruhm Unglaubliches erreicht haben, unglaubliche Autos fahren oder sonst was, die mir gesagt haben, keiner von denen, Patrick, also keiner von denen hat gesagt, Patrick, ich war die ganze Zeit unglücklich, aber als ich den Ferrari 360 Spyder hatte, hat sich alles verändert. Hat keiner gesagt, auch keiner hat gesagt, du Patrick, als ich mit den ersten zehn Frauen geschlafen habe, das war ganz nett, aber als es hundert wurden, da bin ich angekommen. Habe ich auch noch von keinem gehört. Oder ich habe auch von keinem gehört, der gesagt hat, du, als ich eine Studie veröffentlicht habe, das war schon ganz cool, aber als die dann in einem Fachmagazin publiziert wurde, da habe ich das dauerhafte Glück gefunden und da wusste ich, ich habe es geschafft und ich bin erfüllt. Das ist nirgendwo passiert, außer, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, außer bei den Menschen, die einmal wahrhaftig gewisse tiefe Formen von spirituellen oder religiösen Erfahrungen gemacht haben. Eventuell wirst du auch wissen, was ich meine, wenn du dieses Video guckst und dich mal mit Menschen unterhalten hast und damit meine ich nicht die Menschen, die dich vielleicht in der Fußgängerzone ansprechen, weil deren Gemeinde sagt, hier, jetzt jeden Samstag musst du dich in der Fußgängerzone stellen und dann gehst du los, sondern Menschen, mit denen du gesprochen hast, die eine unglaublich erfüllte Ausstrahlung hatten, wo du dir gedacht hast, wie kann das sein? Und die dir dann gesagt haben, du, ich habe da Erfahrungen gemacht oder ich habe Gott getroffen und du dir einfach dachtest, die sagen das mit so einer Überzeugung, wo kommt diese Überzeugung her? So ähnlich hat sich das für mich angefühlt, als ich die ersten Menschen, und ich habe viele Menschen kennengelernt, als ich die ersten Menschen kennengelernt habe, die wirklich solch tiefe Erfahrungen gemacht hatten, wo ich nicht das Gefühl hatte, die haben das Gefühl, sie müssten das sagen oder haben irgendwo mal gelesen, wie es sich anfühlt und gehen jetzt raus, weil sie missionieren wollen, um sich dadurch wiederum besser zu fühlen, im Sinne von, ich habe was erfahren, was du noch nicht weißt und ich fühle mich besser, wenn ich das jetzt so verkaufe, als hätte ich schon das, was du vielleicht noch suchst. Nicht in diesem Sinne, sondern Menschen, die von innen her so eine unglaubliche Ausstrahlung hatten, dass ich dachte, wow, was ist das, was sie da entdeckt haben, das will ich auch. Und kein Bereich, wie eben gesagt, weder im Finanziellen, noch im Zwischenmenschlichen, noch im Sexuellen, noch im Partnerschaftlichen, noch im Bereich des Promistatuses oder sonst was, in keinem anderen Bereich habe ich solch eine tiefe innere Überzeugung gefunden und ich habe mich gefragt, was ist das? Was ist das genau? Und ich habe mich auf die Reise gemacht und ich habe irgendwann Erfahrungen gemacht, die, als ich das hatte, alles andere wurde irrelevant. Es war so eine tiefe Erfahrung, dass ich gesagt habe, ich brauche nichts mehr. Es kann passieren, was komme. Also, ich habe alles. Das ist, also, Erfahrungen, die ich vorher in keinem Bereich meines Lebens gemacht hatte. Und, ich könnte jetzt viel darüber erzählen, möchte ich aber gar nicht, denn ab dann ist was viel Spannenderes passiert. Und zwar, ich habe gedacht, was war das? Was ist da passiert? Und ich habe begonnen zu recherchieren. Und, ich habe festgestellt, dass die verschiedensten Weisheitslehren weltweit, alle, mit verschiedenen Worten, mit verschiedener Sprache, auf dieselbe Sache zeigen. Und die Sache, die viele Religionen, viele monotheistische Religionen, Gott nennen, deckt sich eins zu eins mit Zustandserfahrungen aus der Spiritualität. Das heißt, aus dem spirituellen Kontext herausgesprochen, würden manche sprechen von Transzendenz, von Erleuchtung und so weiter. und wenn man die Leute, die diese Zustandserfahrungen gemacht haben, wenn die darüber berichten und man vergleicht das mit Leuten, die tief religiöse Erfahrungen gemacht haben, dann scheinen die dieselbe Sache für sich persönlich erlebt zu haben. Der eine redet aber vielleicht von innerlichen Zuständen, der andere redet halt von Gott. Der Punkt ist folgendes und deshalb ist mir wichtig, Gott hier in diesem Video auszuklammern, denn dieses Video richtet sich eben an ganz viele, die mit Gott so gesehen erstmal keinen Vertrag haben, die erstmal keine Affinität haben zu Gott und das ist vollkommen legitim. Ich sage nicht, das ist gut oder das ist schlecht, aber es bringt nichts, wenn ich jetzt von Gott rede, wenn du keine Affinität dazu hast und dann denkst, interessiere mich nicht, klick das Video weg. Ich möchte dich ja eben genau da abholen, wo du stehst und deshalb sei folgendes gesagt. Diejenigen, die ich kenne, die tief religiöse Erfahrungen gemacht haben, haben das gemacht und haben Gott in sich selbst erfahren. Keiner von denen, die ich kenne, hat gesagt, ja, ich habe Gott getroffen, ich bin durch die Stadt gegangen, der stand hinterer Wand. So, ich bin um die Ecke gegangen, hätte ich auch nicht gedacht, da stand er. So, habe ich von keinem religiösen Menschen gehört. Das heißt, egal, ob du dich mit Spiritualität beschäftigst oder mit Religion beschäftigst und ob du das Glück in Gott im Außen siehst oder suchst oder ob du es in dir selbst suchst, der Weg geht erstmal über dich. Wenn du es bei Gott im Außen suchst, wirst du Sachen machen, wie eventuell beten, du wirst je nach Religion vielleicht shanten, du wirst vielleicht meditieren oder Kontemplation üben, du wirst vielleicht wie die Davische im Kreis tanzen oder, 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 wie die Fakire dein Körperbewusstsein stärken, du wirst über Yoga Übungen machen, etc., etc. Das heißt, es gibt viele verschiedene Wege, um etwas zu erfahren, entweder ein Zustand im Inneren oder was vielleicht das Gleiche ist, wir wissen es nicht, eine Verbindung zu Gott herzustellen. Aber, egal welcher Weg es jetzt ist, er geht über dich selbst. Das heißt, wir können die Gottesfrage hier in diesem Video erstmal ausklammern, denn beide Wege führen durch dich selbst und beide Wege gehen einher mit der Arbeit an dir selbst. Also lassen wir diese Gottesfrage erstmal außen vor hier für dieses Video, denn halten wir fest, wir alle suchen unterm Strich, das Ziel hinter dem Ziel ist, die dauerhafte Zufriedenheit und die können wir in der Regel nur wo finden? In uns selbst. Und wenn wir in uns selbst diese finden wollen, bringt es nichts, wenn wir immer schneller, höher, weiter und mehr im Außen suchen. Bei mehr Geschlechtspartnern, mehr Partnern, eine tollere Beziehung, mehr Autos, mehr Geld, mehr Urlauben und so weiter, das bringt uns wahrhaftig nicht weiter, denn wir suchen die ganze Zeit an der falschen Stelle. Es ist auch keine Neuheit und ich erzähle dir auch nichts Neues, wenn ich dir sage, das wahre Glück kannst du nur in dir finden. Wie oft hast du diesen Satz gehört? Du wirst da jetzt nicht sitzen und sagen, wow, hätte ich das vor 20 Jahren gewusst. So, jeder von uns hat diesen Satz schon gehört, dass wir das wahre Glück nur in uns finden können, aber keiner erklärt uns hier wirklich, wie wir das machen. Jeder sagt uns, gerade heutzutage, komm mit meinem Coaching, ich erkläre dir, wie du 5000 Euro mehr verdienst, 10.000 Euro mehr verdienst, wie du mehr Kunden generierst, ich erkläre dir, wie du deinen Traumpartner findest, x, y, z, aber das sind ja alles Sachen im Außen. So, wenn wir das eigentliche Glück, was wir ja alles wollen, was ja immer das Ziel hinter den Zielen im Außen ist, nur in uns finden und ich dir erkläre, wie du deine Ziele im Außen erreichst, dann bringe ich dich ja nur schneller in die falsche Richtung. So, das macht ja wenig Sinn. Das heißt, ich möchte an dieser Stelle Folgendes festhalten. Wir alle, egal ob wir überhaupt keine Affinität haben zur Spiritualität, wir sind spirituell. Denn wir suchen alle mehr oder weniger bewusst oder unbewusst nach diesem dauerhaften Glück, welches wir nur in uns finden können. Und wie wir das machen, das ist das, womit ich mich hier auf diesem Kanal beschäftige. Das heißt, es ist kein Hokus-Pokus, sondern mittlerweile Meditation ist unglaublich gut erforscht, beispielsweise als Instrument. Möglichkeiten, in sich hinein zu horchen, sind auf verschiedensten Arten und Weisen gut erforscht und finden sich wieder in der positiven Psychologie, in der transpersonalen Psychologie und in anderen wissenschaftlichen Disziplinen, im Bereich der Meditation, im Bereich der Achtsamkeit. Es gibt etliche Studien in die Richtung. Das ist, es wird immer messbarer auch für uns, weil wir auch immer mehr Möglichkeiten haben, Zustände in uns zu messen. und natürlich, dann haben wir irgendwelche Neurobiologen, das ist auch cool, die sich das Gehirn angucken und dann sagen, ja, wir haben mit ein paar Mönchen gesprochen und da hat sich leider Folgendes herausgestellt, diese Mönche haben gesagt, sie haben Gott erfahren, aber wir haben festgestellt, wenn die Gott erfahren haben, wir haben die angeschlossen, dann ist das eigentlich ein Bereich im Gehirn, der aufleuchtet unter den Messgeräten, also können wir Schlussfolgern, es gibt keinen Gott. Da denke ich mir, wie kann man jahrelang studieren, um dann solche Schlüsse zu ziehen, das tut mir leid, aber ich meine, ich bin kein Biochemiker oder kein Neurobiologe oder sonst was, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auch ein spezieller Bereich im Gehirn aufleuchtet, wenn ich beispielsweise einen Apfel sehe. Das heißt aber nicht, dass es den Apfel nicht gibt, sondern dass der Apfel, also, oder der Apfel eine Illusion ist und nur in meinem Gehirn existiert. Das heißt, damit ist auch nicht die Existenz von irgendwas im Außen belegt oder widerlegt. Aber gut, das ist ein anderes Paar Schuhe. In diesem Video geht es wirklich nur darum, egal ob du denkst, du bist spirituell oder nicht, du bist es. Du bist es, weil wir alle dasselbe Ziel haben. Und um dir da ein Bild zu malen, also verbal zu malen, du kannst dir das in etwa so vorstellen, als wenn das hier die Sonne wäre und hier wäre so ein Prisma, dann würde das Licht der Sonne, das weiße Licht der Sonne, auf das Prisma fallen und das Prisma würde das weiße Licht brechen in alle Farben des Regenbogens. Das ungefähr ist das, ist gegebenenfalls ein Symbol für unsere Sehnsüchte. Wir sehen uns nach Grün, nach Rot, nach Gelb, nach Blau, symbolisch gesprochen für die neuen Paar Schuhe, das neue Auto, die traumhafte Ehe, den nächsten Urlaub, die neue Villa, das neue Haus, 10 Kilo Gewichtsverlust und so weiter, die ganzen Sachen im Außen in verschiedensten Farben, aber das Ziel, hinter dem Ziel, ist immer dasselbe. Es ist in dem Fall, in dem symbolischen Bild hier, das weiße Licht. Es ist das Licht, andere würden sagen Gott oder das innere Glück, die Erfülltheit. Die Hinduisten würden sagen Moksha, die Yogis würden sagen Samadhi, die Buddhisten würden sagen Nirvana, die Christen sagen vielleicht das Christusbewusstsein, wer anders sagt Uniumystika oder Transzendenz. Die Begriffe sind je nach Kultur unterschiedlich, aber gemeint ist immer dieselbe Sache. Und egal, ob du spirituell bist oder nicht, ich rate persönlich jedem Menschen dazu, aber nicht aus einer missionierungshaften Haltung im Sinne von ich rate jedem. Nein, um Gottes Willen, jeder soll das machen, was er will. Nur achte selber ganz genau darauf, was passiert, wenn du das erreichst, von dem du dir dein Glück versprichst und wofür du deine Energie aufwendest. Achte genau, was bei dir passiert und ob du wirklich dadurch das findest, was du dir davon versprochen hast. Denn achte auch in deinem Bekanntenkreis darauf, wie viele ein Leben haben, was sich andere äußerlich erstmal wünschen würden, aber vielleicht nicht die innere Zufriedenheit, die sie sich davon versprochen haben. Die Frage ist, was willst du? Willst du das Leben, was nach außen hin gut aussieht oder willst du das Leben, was sich nach innen hin gut anfühlt? Das war's mit diesem Video. Wenn dir das gefallen hat, klick gerne hier unter dem Video auf den Link. Da erfährst du mehr dazu. Ich hoffe, ich konnte dich gut unterhalten. Du hast vielleicht das eine oder andere mitgenommen. Schick dieses Video unbedingt weiter an die ITler, die Wissenschaftler etc. Die ganzen Nichtspirituellen aus deinem Freundeskreis. Ich wünsche dir nur das Beste. Mach es gut. Bis dahin. Adios.